Liebe Zuschauer, für Sie gibt es jetzt eine technische Innovation, die endlich, 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 endlich wieder lieferbar ist. Denn wer macht heutzutage noch Kerzen mit einem ganz normalen Feuerzeug an? Haben Sie das schon mal probiert, wo hier der komplette Finger wehtut und man sich immer und immer wieder verbrennt? Nein, nicht mehr ab heute. Denn wir zünden jetzt ganz intelligent und umweltfreundlich mit richtig viel Technik und Aha-Effekt unsere Kerzen an. Und das mit so einem elektrischen Stabanzünder. Ein Lichtbogenstabanzünder. Damit geht das jetzt ganz, ganz einfach und leicht. Moment, wenn man auf den Kopf drückt. Ja, der ist extra mit einem Sicherheitsverschluss gemacht. Also hier einfach einmal nach oben schieben das Ganze. Ich zeige Ihnen einmal, wie das funktioniert. Der ist nämlich extra so konzipiert. Einmal nach oben schieben, dann fahren hier oben diese Stab-Elemente dann oben raus. Und dann muss man hier diese kleine Taste noch drücken, also extra dieser Schutz, diese Kindersicherung. Und dann erscheint im oberen hier dieser Lichtbogen. Ein Plasma-Lichtbogen. Und mit diesem Plasma-Lichtbogen können Sie dann Ihre Kerzen entzünden. Es geht aber auch zum Beispiel zum Entzünden von einem Grill, von zum Beispiel Herdplatten für Gasherde oder so etwas. Also ist hier alles möglich mit diesem tollen Lichtbogenstabanzündern. Eine Akkuladung reicht für 100 Anzündungen. Und danach laden Sie ihn einfach per USB wieder auf. Das Kabel ist im Lieferumfang mit dabei. Also ganz normal wie ein Telefon, wie ein Smartphone wird er wieder aufgeladen. Und dann, zack, wiederverwendbar. Umweltfreundlich, selbstverständlich das Ganze. Energiesparend und hier gegen Wind und Wetter geschützt. Denn dieser tolle Lichtbogenstabanzünder funktioniert wirklich bei Wind und Wetter. Das ist das Schöne. Und gerade hier ein Stabanzünder geeignet für alle Kerzen, die auch in so hohen Gefäßen sind, wie Vivian uns das zeigt. Weil da ist es natürlich immer schwierig, normalerweise die Kerzen anzuzünden. Das funktioniert hier wunderbar. Wenn Sie den Kamin haben, dann können Sie diesen Stabanzünder auch perfekt verwenden. Deshalb, da nehmen Sie ihn bitte auch für 12,26 Euro. Ist das wirklich was ganz, ganz Tolles. 12,26 Euro hier der Stabanzünder. Der wäre schon mehrere Male ausverkauft. Und auch immer schnell, ne? Ja, total schnell. Der ist ganz stark nachgefragt. Ich zeige es Ihnen nochmal, wie es funktioniert. Also hier einmal nach oben schieben, dann fahren diese Elemente hier oben raus. Und da kann man auch dran fassen, da passiert gar nichts. Da ist auch noch nicht an. Erst wenn man hier unten dann drückt, dann kommt hier dieser Plasma-Lichtbogen oben. Und mit diesem Plasma-Lichtbogen, damit kann man dann die Kerze anzünden. Man könnte jetzt sogar auch eine Zigarette anzünden, wenn man möchte. Das ginge theoretisch auch. Aber gerade hier dieser Plasma-Stabanzünder ist geeignet, perfekt für Kerzen, für Teelichter, in so Windlichtern zum Beispiel auch oder sowas. Dafür geht das perfekt. Und das, wie gesagt, alles storm- und windgeschützt. Liebe Zuschauer, 12,26 Euro. Hier Ihre Bestellnummer. Die NX 9440 und die 569. Die NX 9440 und die 569. Und wir bitten Sie an dieser Stelle gleich ganz, ganz schnell in die Leitung zu gehen, weil der sehr begehrt ist. Der war so oft vergriffen. Jetzt gerade dürfen wir Ihnen sagen, dass wir kurz vor der Begrenzung sind und dass die noch auslieferbar sind. Also in den nächsten zwei bis drei Werktagen bei Ihnen vielleicht auch da gleich zwei bestellen. Ich bin ja auch so ein Riesen-Kerzen-Liebhaber. Da gibt es ja auch diese tollen Kerzen in diesen Apothekergläsern. Wenn die aber etwas runtergebrannt sind, kommt man da einfach mit dem normalen Feuerzeug mit dem Finger nicht mehr dran. Und vor allem Hand aufs Herz. Wir wollen doch alle etwas Gutes für die Umwelt tun. Und deshalb ist das eine technische Raffinesse gepaart mit einem Spitzenpreis. Und richtig umweltfreundlich für 12,26 Euro die NX 9440 und die 569. Aber wir haben das Ganze natürlich auch noch in klein. Denn man möchte ja auch so ein schickes Feuerzeug haben, das man einfach mal mitnehmen kann. Und deshalb jetzt in verschiedenen Farbvarianten dürfen wir Ihnen vorstellen, das elektronische Feuerzeug, das auch wieder mit dieser Lichtbogentechnik arbeitet. Ja, auch hier diese USB-Technik mit diesen doppelten Plasma-Lichtbögen. Schauen Sie mal, ist es nicht faszinierend? Da kommen diese Lichtbögen dann zum Vorschein. Hier gekreuzte Lichtbögen. Ideal, um sich halt auch mal eine Zigarette anzuzünden, wenn man das möchte. Wenn man damit Feuer gibt, ist man sofort im Gespräch. Weil sowas haben die wenigstens schon mal gesehen. Diese umweltfreundlichen, diese wirtschaftlichen tollen Feuerzeuge, weil man sie halt wieder aufladen kann. Ein so ein Feuerzeug... Ja, die sind unglaublich schick. Aber ein so ein Feuerzeug reicht für mindestens 60 Zündungen. Eine Akkuladung. Ja, eine Akkuladung reicht für bis zu 60 Zündungen mindestens. Und dann lädt man es hier unten einfach wieder im unteren Teil auf. Ladekabel ist für Sie dabei. Und dann ist man direkt wieder mit dabei. Also wirklich sehr, sehr schick auch hier von der Machart. Ist sehr, sehr schwer, sehr edel, sehr elegant gearbeitet. Man kann die jetzt natürlich auch noch gravieren. Dann wird es noch persönlicher, wenn man es verschenken möchte. Jedes unserer Feuerzeuge kommt auch in so einer richtig schicken schwarzen Geschenkbox zu Ihnen nach Hause. Also schauen Sie einfach, wem Sie was schenken möchten und dann zugreifen. Wir haben es in unterschiedlichen Farben. Gold, jetzt für Sie eingeblendet, gerade schwarz. Also schauen Sie, welche Farben Sie benötigen. Wir haben schwarz, wir haben gold. Wir haben es dann auch noch in diesem lila und in einem ganz tollen blau. Das ist jetzt neu bei uns im Programm. Und dann können Sie hier direkt bestellen in der gewünschten Stückzahl. Die sind auch mal ganz stark nachgefragt. Ich mag Gold unglaublich gerne. Ich finde auch dieses Lila wirklich unglaublich schön. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt oben immer eingeblendet die passende Farbe und die Bestellnummer. Schwarz, da waren wir bei der NX 8777 und der 569. Jetzt sind wir gerade bei Farbvariante Gold mit der NX 8778 und der 569. Alle kosten 12,26 Euro und ganz, ganz wichtig noch mal zu erwähnen, bevor es da zu Missverständnissen kommt. Eine Akkuladung hält für 60 Zündungen. Das Feuerzeug ist natürlich immer und immer wieder verwendbar. Das können Sie jederzeit immer wieder aufladen und immer wieder benutzen. Sehr, sehr schön von der Qualität gearbeitet, sehr stabil. Da haben Sie wirklich auch ganz, ganz lange Zeit Ruhe mit. Und ich sage Ihnen, ich bin ja so ein Chaot. Ich verliere ja alles. Irgendwann verliere ich meinen Kopf, wenn ich den nicht fest auf meinem Körper hätte, liebe Zuschauer. Und ich bin ja auch so jemand, Kathi, du weißt das, ich verliere jedes Feuerzeug. Der Ralf, der macht sich immer lustig darüber und sagt, würde ich der Vivian am Montag 100 Feuerzeuge schenken, dann wäre am Freitag keins mehr da. Ich habe auch das Goldene und ich habe es immer noch. Also wissen Sie, was das heißt? Das ist so besonders, da passt man dann auch drauf auf und deshalb auch als Geschenk super geeignet. Ja, greifen Sie dazu, kommen in diesen schicken Geschenkboxen zu Ihnen nach Hause, inklusive des Ladekabels. Dann einfach, wenn es mal leer sein sollte, direkt wieder aufladen und schon geht es dann damit weiter. Es ist halt umweltfreundlich, absolute Wirtschaftlichkeit. Auch wenn man kein Gas oder irgendwas mehr nachkaufen muss, man muss sich keine Gedanken mehr machen. Einfach dann per USB wieder aufladen, am PC, am Netzteil oder sogar an der Powerbank können Sie es wieder aufladen. Und es ist unglaublich wertig und schick. Also diese Feuerzeuge, wenn man die in der Hand hält, die sind sehr, sehr schön. Man merkt es allein beim Auf- und Zumachen. Die Goldenen, die sehen aus wie so kleine Goldbarren. Also ich liebe das auch. Man kann natürlich Kerzen damit anzünden, ganz normal. Zigaretten. Zigaretten, alles wie ein normales Feuerzeug. Aber man hat halt diese tolle USB-Technik. Deshalb greifen Sie zu, so viele Sie benötigen. Bestellen Sie sich die nach Hause in diesen schicken Geschenkboxen. Unten das Ladekabel immer für Sie mit dabei. Jetzt gerade die blaue Variante für Sie eingeblendet. Und das Tolle ist, es ist halt auch so ein richtiges Sturmfeuerzeug. Also solche schicken Feuerzeuge hier für Sie in dieser wunderschönen Variante für 12,26 Euro. Das ist auch preislich, ein riesen Hit. Das ist preislich auch ein sensationeller Hit, liebe Zuschauer. So kommt das Ganze zu Ihnen. Dann natürlich noch einmal mit Deckel. Hier noch einmal für Sie in der Grafik alle Farmbarianten, alle Bestellnummern. NX 8776 für Lila Jean-Guyant. Sehr, sehr schön. NX 8777 für Schwarz. NX 8778 für Gold. Und die NX 8903 für die Farbvariante Blau. Bei allen bitte an die 569 denken, damit Sie den 12,26 Euro TV-Sonderpreis bekommen. Und kleiner Tipp jetzt nur von mir so am Rande. Bestellen Sie sich das Stabfeuerzeug und ein Feuerzeug für sich selbst. Und vielleicht ein oder zwei in petto. Einfach mal so als kleines Gelegenheitsgeschenk für zu Hause mit dazu. Das ist nämlich was ganz Fantastisches. Das ist was ganz, ganz Wertiges, das Sie verschenken. Sie freuen sich, dass Sie den TV-Sonderpreis hier mitgeschnappt haben, liebe Zuschauer. Und dass Sie wirklich etwas verschenken, das einfach für staunende Augen sorgt. Und das dank dieser innovativen Technik, dank der Lichtbögen, die sich kreuzen. Und liebe Zuschauer, natürlich dank der tollen Qualität einfach einen riesen Hingegucker, den Sie jetzt zum Schnäppchenpreis bekommen. Aber ganz wichtig, auch an den Stabanzünder denken. Der ist so begehrt bei Ihnen. Kurz vor der Begrenzung noch schnell schnappen, bevor der vergriffen ist. Gleich in die Leitung gehen, rufen Sie an. Vielen Dank.